Ja, schaut mal, was haben wir denn da für eine Geschichte? Wir haben hier einen alten Mann, wir haben hier lauter junge Menschen, wir haben hier einen in einem weißen Kleid und hier ist einer in einem blauen Kleid. Ja, welche Geschichte ist es? Der hier, der heißt Jakob, der hier heißt Josef und Benjamin und all die Zwölfe hier sind seine Kinder. Die Geschichte Josef und seine Brüder erzählen mit dem Kamishibai. Ich lade Sie ganz herzlich ein zu unserer Veranstaltung im Religio Altenberg. Wir werden mit dem Kamishibai erzählen, wir werden biblische Geschichten erzählen, wir werden weltliche Geschichten erzählen und wir werden das Geschichten erzählen mit den Handklappen, auch Buppen, miteinander ausprobieren, üben und vielleicht auch einfach ein bisschen herum experimentieren. Ich freue mich auf Sie. Mein Name ist Norbert Kober von der Golden und Erzähl Akademie. Auf ein persönliches Kennenlernen. Grüß Gott. Ade.